Herzlich Willkommen bei den Möbelmachern in Unterkumbach, direkt neben Heißburg im Nürnberger Land, im Herzen von Franken und nördlich von Bayern, zum Nusserder 204. Wir laden Sie heute zum Sägen und Sakura ein, denn so nennen wir unsere Kirschblüte in diesem Jahr, weil sie ebenso sehenswert ist wie ihre neue Küche noch in der Form des Baumes. Laut Recherche zum Deutschen Nachhaltigkeitspreis sind wir die einzigen Verfechter der regionalen Waldschiffungskette, bei der wir vom Wald bis zum Kunden alle Arbeitsschritte selbst im Griff haben. Die Japaner sehen in der Kirschblüte oder Sakura auch ein Symbol für den Tod, mit dem wir uns hier viel zu wenig beschäftigen, sagte unser Befreundeter Arzt, für den wir den ersten Sarg als Möbel entwerfen und bauen durften. Deshalb stellen wir heute den ganz aktuellen Entwurf eines Möbelsargs unserer Kundin vor, der zunächst noch als Haifi-Schrank fungiert, später aber ausgekleidet mit Rindentuch, ihr Sarg werden wird. Wir haben den Preis für die schönste Werkstatt Deutschlands in der Kategorie Massivholzspezialist überreicht bekommen und stellen in diesem Blogartikel und auf der Homepage unsere Werkstatt mit vielen Bildern von ganz besonderen Veranstaltungen, aber auch dem ganz normalen Arbeiten darin vor. Als Fleißarbeit haben wir ganz viele Möbel für Bücher auf unserer Homepage vorgestellt und dort erklärt, warum wir zu Büchern eine ganz besondere Beziehung haben. Meine Bibliebeinstellung. Die Rundung unserer Bleistift-Runterroll-Schutzkante des höhenverstellbaren Schreibtisches haben wir auf ein Tablett verwendet, das auf einem leichten Gestell zum Couchtisch wird. Und weil wir so viele Ideen für dieselben haben, haben wir auch gleich noch alle in den Artikel gepackt. Zimmertüren aus massiver Esche und natürlich auch aus allen anderen heimischen Oldsarten können wir in allen Ausführungen ganz nach Ihren Wünschen herstellen. Ein schönes Beispiel ist in diesem Haus zu finden. Unser Schallplattenschrank für die High-End-Messe in München ist bald fertig und danach brauchen wir Platz in unserer Ausstellung, weshalb uns diese beiden Sideboards günstig verlassen dürfen. Gerade legen wir wieder Termine für Koch-Workshops fest. Schreiben Sie uns einfach, wenn Sie an solchen Veranstaltungen teilnehmen möchten, dann schicken wir Ihnen gerne die Einladung. In den Kurznachrichten empfehlen wir die Ausstellung Sand in my Eyes im Heißburger Hirtenmuseum, die Doku auf Arte über Ikea namens Wir plündern den Planeten und unseren Schwarzstorch mit Yoga-Übungen, der gerade wieder bei uns einziehen will. Bis bald! Bis bald! Musik Untertitelung des ZDF, 2020